Mein Fazit nach über 40 Jahren Sennheiser MD441. Wenn dich das interessiert, bleib dran! Willkommen beim Roger, willkommen bei den Ash Creek Studios. Tatsächlich ist es so, dass ich ein Mikro bei mir habe, habe noch ein paar andere, machen wir ein andermal, aber jetzt im Speziellen das Sennheiser MD441, welches tatsächlich schon weit über 40 Jahre bei mir ist. Wenn du neu bist hier auf meinem Kanal, es geht um Audio-Technik, um Studiotechnik, um Gitarren, um Mikrofone und vieles, vieles mehr. Heute mal wieder Mikrofone. Ja, dann fange ich doch mal an zu erzählen. Keine Angst, wir schwenken gleich um aufs MD441 und werden natürlich auch den Sound hören. Vorspann soll aber der sein, ich werde verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Ich habe letztens so ein bisschen rumsortiert und gemacht und getan und gucke das MD441 so an. Mensch, jetzt sind wir tatsächlich schon so viele Jahre, weit über 40 Jahre zusammen und haben so viel erlebt. Und deshalb wollte ich mal ganz kurz anfangen. Wo ist der Einsatzbereich nach meinen Erkenntnissen und mit dem Fazit von heute? Es ist ein Universalgenie. Das muss man mal so deutlich sagen. Ob du das jetzt nimmst, um deine Vocals, also die Stimme, zu betreuen oder wenn du selber singst, ist es super. Wenn du eine Amp-Abnahme machst mit deinem Gitarrenverstärker, ist es super. Wenn du eine Snare oben, unten, super. Toms, super. Bass, auch gut. Overhead bedingt. Warum? Weil es hat natürlich eine Richtcharakteristik. Es ist ein dynamisches Mikrofon und es ist eine Niere und jetzt hier speziell bei dem MD441 auch eine super Niere. Was aber wiederum unglaublich cool ist, weil du hast kaum was mit irgendwelchen Rückkopplungen am Hut. Das ist wirklich so was von resistent. Also da musst du schon wirklich, wie soll man sagen, alles, ich will jetzt nicht sagen verkehrt schieben oder was weiß ich jetzt auf einem Unbespult. Aber es dauert wirklich, bis du das Mikrofon in die Rückkopplung treibst. Ich schwenke mal um. So sieht es aus. Liegt hier auf meinem Tisch die Schatten hier oben. Dieses und hier, das sind tatsächlich Beulen. Jetzt komme ich mal zur Robustheit. Es ist mir tatsächlich mehr als nur einmal vom Stativ gefallen. Beziehungsweise mit Stativ auch umgefallen. Oder es war blöd gelagert beim Fahren in die Auftritte, zu den Auftritten. Oder, oder, oder. Und es hat mir wirklich, ich mache das natürlich mit Absicht, dass ich es jetzt roh behandle, aber es hat wirklich alles verziehen. Und ich war so dankbar. Ich habe tatsächlich mal Angst bekommen in dieser Situation, als das mir wirklich vom Stativ, beziehungsweise mit dem Stativ auf den Boden geknallt ist. Also, es hat es überlebt. Es ist wirklich nach 42 Jahren, nicht ganz, aber fast, ist es immer noch komplett einsatzbereit. Ich werde es demnächst mal auseinandernehmen, weil ich gemerkt habe, dass hinten hier ist ein Drehschalter. Und mit diesem Drehschalter hat man fünf Positionen. Das ist die Bassabsenkung, da kommen wir aber gleich drauf. Weil ich meine, dass es schon so ein bisschen Geräusche von sich gibt beim Drehen. Und ich habe noch einen, wo ist er denn, da, da habe ich zusätzlich noch mal eine Möglichkeit, Präsenz zu schalten. Also noch ein bisschen mehr Glanz reinzubringen in das Ganze. Und gerade durch diesen Drehschalter und diese Position, die wir haben, ist es jedes Mal ein bisschen ein anderer Sound. Und gerade aufgrund dieses Verhaltens habe ich so viele Anpassungsmöglichkeiten und Verwendungszwecke für dieses Mikrofon. Eines habe ich noch vergessen, Holzbläser, auch klasse. Also die ist der Einsatzfall oder der Einsatzfälle für dieses Mikrofon unglaublich. Das, ich muss es so deutlich sagen, weil ich bin nach wie vor Fan von diesem Mikrofon. Ich hole es mal zu mir rüber, habe es jetzt hier in der Hand, werde gleich das Shure SM7 B muten. Und das Sennheiser in Betrieb nehmen. So, jetzt sind wir quasi verbunden mit dem Sennheiser. Das habe ich jetzt gerade eingeschaltet, also entmutet. Ich habe es ja schon vorbereitet. Zu eurer Information, ich hatte jetzt weder bei dem Shure SM7 B noch jetzt hier beim Sennheiser irgendetwas mit EQs, Kompressoren. Ich habe hier nichts, gar nichts verschönt. Es ist so, wie dieses Mikrofon ursprünglich gebaut wurde. Kommen wir mal zu diesem Schalter hier. Ich werde jetzt gleich mal die Positionen durchsprechen. Das hier ist die Position 1. Ich senke ab und bin jetzt auf der Position 2. Ich senke ab und bin jetzt auf der Position 3. Ich senke ab und bin jetzt auf der Position 4. Ja, und wie ihr jetzt ganz deutlich gemerkt habt, ich gehe nochmal etwas, vielleicht ist es ein bisschen jetzt zu basslastig, ich gehe mal einen runter. Wie ihr gemerkt habt und sicherlich dann auch einordnen könnt, ist halt diese Einsatzvielfältigkeit riesengroß bei diesem Mikrofon hier. Ja, den kleinen Filter, den ich euch vorhin gezeigt habe, den werde ich jetzt nicht benutzen. Warum? Er bringt zwar ein bisschen Höhenglanz, aber da muss man wirklich Kopfhörer aufhaben, das wirklich gut, gut hören können. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr sowas nochmal hören wollt, dann mache ich das gerne. Mir gibt es jetzt etwas anderes. Ich wollte mal euch etwas zeigen und zwar Mikrofon von, na, was ist denn das, 20 cm vielleicht weg. Und jetzt gehe ich mal ganz nah ran, weil wir wollen ja auch den Nahbesprechungseffekt uns nochmal anhören. Jetzt berühren meine Lippen langsam das Mikrofon. Das wäre jetzt also hier schon der Nahbesprechungseffekt. Ich gehe also ein Stückchen davon ab. Ich bespreche, ich bespreche es mal von der Seite. Jetzt bespreche ich es von der Seite. Ich drehe es mal komplett um. Das ist also das, was von hinten noch als Signal reinläuft. Das ist das, was von der Seite, von der zweiten Seite her reinläuft. Und jetzt bin ich wieder vorne. So, und das ist einer der Gründe, warum ich so schnell mit Rückkopplungen, mit diesem Mikrofon einfach nicht zu rechnen habe. Es schirmt also ziemlich gut das ab, was von hinten kommt. Also wunderbar, wunderbar einzusetzen. Ja, kommen wir mal zu den technischen Gegebenheiten. Ja, was ist es denn nach eigenen Sennheiser-Angaben? Das ist ein dynamisches Studio-Richtmikrofon. Es ist ein hochwertiges Mikrofon, dessen akustische Eigenschaften denen der Kondensauter-Mikrofone nahezu entsprechen. Ja, das kann man sagen, weil es halt so hoch auflöst und die Impulstreue einfach da ist. Wir haben, ich gucke mal, ob ich das in meinem Fazit jetzt auch so bestätigen kann. Wir haben was? Merkmal. Ausgeglichene Klang-Eigenschaften kann ich bestätigen, auf jeden Fall. Das hatte ich mehrmals schon gesagt. Extreme Rückkopplungsdämpfung. Körperschall unempfindlich durch federnde Kapseleinlagung. Das hat wahrscheinlich das Mikrofon auch gerettet beim Sturz. Ich tippe mal so ein bisschen drauf. Man hört so ein bisschen, aber es war vernachlässigbar. Brumm-Kompensationsspule. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass dieses Mikrofon schon mal gebrummt hat. Wüsste ich jetzt gar nicht. Den fünfstufigen Bass-Schalter, den habe ich euch schon vorgeführt. Der Brillanz-Schalter ist der, den ich vielleicht bei Bedarf noch mal nachziehe. Im Wegen, ihr müsst wirklich Kopfhörer dann aufsetzen, sonst bringt es an der Stelle nicht. Und der integrierte Pop-Schutz. Ja, guck mal, ich spreche ja hier mitten rein. Ich spreche mitten rein. Pizza, Papa, das sind genau diese PP-Leute. Und da finde ich das schon super. Was von Haus aus gemacht worden ist. Wenn nicht, da kann man natürlich sich immer noch einen Pop-Schutz zusätzlich dort aktivieren. Ja, und wenn wir jetzt quasi auch in die technischen Daten schauen, dann fällt uns natürlich auch auf, das sind hier wahrscheinlich, ja, das sind die fünf Positionen. Eins, zwei, drei, vier und fünf, die ich euch mit dem Schalter schon vorgeführt habe. Ja, interessant ist natürlich noch Superniere, das sagte ich schon. Und Frequenzband von 30 bis 20 Kilohertz wird hier bedient. Nenn-Impendanz 200 Ohm. Alle für diejenigen, die vielleicht einen Channel-Strip oder sowas haben, da kann man das einstellen. Ich habe bei mir Art-Voice-Channel nennt er sich, da kann ich das tatsächlich machen. Wem, sagen wir mal, der Aufbau, der eigentliche Aufbau interessiert, eines Channel-Strips, ich verlinke euch hier mal ein Video. Da könnt ihr gleich mit einsteigen, das ist der Anfang, da gibt es noch ein paar mehr dann dazu. Ja, ansonsten Abmessung und Gewicht. Das mal zu diesem Mikrofon, zu dem Sennheiser MD441. Und ich habe es selber auch verwendet, fast überall, was mich so betrifft, ja, natürlich darüber gesungen, Amp-Abnahmen gemacht, reichlich mit diesem hier, ja. Auch mal als Tom oder als Snare oder als Bass, ja, so kunterbunt gemischt. Ich hatte es sogar mal an einem Klavier, war auch okay, mit zwei weiteren Mikrofonen. Also, das sozusagen der Kern und dann nochmal, Entschuldigung, nochmal zwei Kondensator-Mikrofone dabei. Das klingt auch gut, selbst wenn ich eine akustische Gitarre aufnehme und bin dann sozusagen hier auf, ich muss es mal so machen, auf dem, oder nicht auf dem, das ist Quatsch, vor dem oder in Richtung Schallloch. Schallloch, ja, klingt ja auch ganz gut, kann man so ein bisschen hin und her. Auch bei Amp-Abnahmen, bei den Lautsprechern, ruhig mal versuchen, Kalotte oder Sicke experimentieren, also, das sind unheimliche Ergebnisse. Jetzt komme ich nochmal zum Preis, das ist nämlich auch hochspannend, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Dann habe ich damals schon bezahlt, ich meine 650 oder 680 Mark. So, ganzen Ferien gearbeitet, dann halt eben mit dem Geld, man ist ja irgendwo, ne, nicht jugendlich oder kleiner Erwachsener, ja. Da hat die Kohle dann wieder auf den Kopf gehauen und sich dann so ein Mikro gekauft. Das andere ist, würde ich mir das heute nochmal kaufen, weil Preis ist, Liste, glaube ich, knapp ein Tausender. Und beim Big T habe ich es jetzt für 825, glaube ich, 850 Euro gesehen und auch, selbst auf dem Gebrauchtmarkt, ja, Ebay und so, 550, 550, 600 rum für dieses Mikrofon. Würde ich mir das heute nochmal kaufen, ich sehe das mal mit zwei Aspekten. Das eine ist von der Qualität, von der Haptik, von den Einsatzmöglichkeiten auf jeden Fall. Die Langlebigkeit muss ich nicht mehr beweisen, ja, über 40 Jahre. Punkt zwei wäre jetzt der Preis, der ist mir einfach zu teuer. Man muss sich überlegen, das sind, auch beim Tumann, 820, 850 Euro, das ist ein Brett, das ist ein Haufen Holz. Und ich bin der Meinung, wenn man sich überlegt, wie lange Sennheiser dieses Modell baut, wie lange, dann sind ja alle Werkstücke, alles, was ich dazu brauche, irgendwo meine ganzen Entwicklungen und so weiter, das ist ja schon längst bezahlt. Also warum verkauft man dieses Mikrofon nicht jetzt der Fairness halber meinetwegen für 600 oder 650 neu? Dann wäre das für mich absolut top, würde ich auch jederzeit jedem empfehlen. Bei 850 oder 1000 Euro, muss ich sagen, das ist mir zu teuer, obwohl einfach die Qualität, alles, was dahinter steht, nach wie vor super ist. Es muss natürlich jeder von euch selbst entscheiden, ich will euch da auf keinen Fall beeinflussen. Einzige Manko, was ich jemals gehabt habe mit dem Mikro hier, der Halter, der ist mir im Original kaputt gegangen, das gibt es noch, dieses Teil, das war früher aber durchsichtiger Kunststoff, jetzt ist es halt schwarz, ist mir wurscht, aber das war halt eben anfällig und das muss ich sagen, okay, das ist vielleicht jetzt nörgeln auf hohem Niveau, bleiben wir beim Preis. Da möchte ich nörgeln und da sage ich, Sennheiser, wenn ihr jemals dieses Video seht, Mensch, gebt euch doch einen Ruck, alles ist bezahlt, die Entwicklungen sind bezahlt, die Werkzeuge sind bezahlt, macht so einfach mal 200, 250 Euro billiger. Ihr habt doch so einen super Teil hier, Mensch, meine Message an euch. So, okay, bin gespannt, ob ihr mir da vielleicht auch etwas in die Kommentare schreiben könnt dazu. Und ansonsten, ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, Abo wäre super, super, super und ich freue mich auf Kommentare von euch natürlich. Ich wünsche euch was, bleibt mir schön gesund, bis zum nächsten Mal, der Rotschafer von den Ashkrieg Studios, Aoi, Ciaoi.